Wenn man über Legenden des 21. Jahrhunderts sprechen will, dann kommt man ohne einen Namen nicht aus. Uli Steck. Kaum jemand hat in den letzten zwei Jahrzehnten so oft so viele neue Maßstäbe gesetzt wie er. Wie er lebte, was seine größten Erfolge waren und an welcher Stelle letztlich alles zu Ende ging, darum geht es heute bei Legenden im Porträt Uli Steck. Uli Steck, oder auch Swiss Machine innerhalb der Szene genannt, wurde am 4. Oktober 1976 im Emmental in der Schweiz geboren. Hier wuchs er in einer bürgerlichen Familie mit seinen zwei Brüdern auf. Schon mit zwölf Jahren interessierte sich Uli fürs Klettern. Während seine Brüder lieber mit Eishockey beschäftigt waren, hat sich Uli Gedanken über die großen Bergprojekte der Welt gemacht. Die Folge seiner jung gefundenen Leidenschaft fand eine erste besondere Leistung, bereits im jungen Alter von 18 Jahren. Denn mit 18 hat er schon die Eiger-Nordwand durchstiegen. Und man könnte sagen, dass diese ihn in den Bann gezogen hat und genau das würde sich eines Tages auch lohnen. Was über Uli Steck weniger bekannt wurde, ist sein Trainingsplan. Denn dieser war eng gestaffelt und kaum ein Tag kam ohne Training aus. Das, was man in den Medien gesehen hat, die großen Erfolge, die Rekorde und die eindrucksvollen Bilder, waren nur kurze Auszüge, also die Spitze des Eisbergs, während die restliche Zeit seiner Jahre hauptsächlich aus Training bestand. Doch Uli Steck setzte nicht alles auf ein Pferd und hat deshalb auch den Beruf des Zimmermanns gelernt. Doch diesen hat er nach seinem Start in den Alpinismus nie wieder gebraucht. Jedes Jahr setzte Uli Steck unglaubliche Erstbegehungen oder Speed Assents um und die Erfahrung, die er dabei sammelte, führte zu einer ertragreichen Zukunft. Erstmals wieder große Schlagzeilen brachte Uli Steck 2004. Er ging mit Stefan, Sigrist, Eiger, Mönch und Jungfrau an und bestieg alle drei Gipfel binnen 25 Stunden. Auch für sein Projekt, den Kumbu Express, mit der Besteigung von Amadablam, Tawocce und Cialoce, machte er sich einen Namen in der Szene. In der Schweiz war er schon zu diesem Zeitpunkt, auch abseits des Bergsports, ein echter Star. Die Fernsehsender wollten Interviews und Beiträge mit ihm, Sponsoren wurden auf ihn aufmerksam und dann geschah etwas, was für Bergsteiger ziemlich neu war. Ein Autohersteller, nämlich Audi, interessierte sich für Uli Steck als Athleten und so finanzierten ihn seine Sponsoren durch seine Projekte. So einen großen Sponsor zog noch niemals ein Bergsteiger an Land. Und immer wenn er keine Projekte vor sich hatte, tourte er wahrlich durch die ganze Welt, um von seinen Projekten und Erfolgen zu berichten und spannende Geschichten aus den Bergen zu erzählen. Uli Steck war ein wahrer Celebrity geworden. Dass das nicht immer ganz ohne Kritiker auskommt, ist logisch. Er wurde für seine Speed Assents kritisiert. Es wurde von vielen Seiten der Szene behauptet, dass das, was er macht, kein Bergsteigen mehr ist, sondern ein Wettlauf und eine Art Wettkampf. Doch Uli Steck berührte das relativ wenig, denn für ihn galt immer ein Gegenargument. Es ist Bergsteigen, weil er macht alles genauso wie die normalen Bergsteiger und Alpinisten auch, nur macht er es einfach allein und viel schneller. Wo er in gewisser Weise auch recht hat. Da es sich in einem Video unmöglich ausgehen würde, alle seine Erfolge aufzuzählen, verlinke ich euch dazu etwas in der Videobeschreibung. Da könnt ihr in Ruhe nachlesen, was dieser Mann alles leisten konnte. 2008 gelang ihm dann der Speed-Rekord an der Eiger-Nordwand in 2 Stunden und 47 Minuten. Und ein Jahr später der Speed-Rekord an der Matterhorn-Nordwand über die Schmidt-Route. 1 Stunde 56 Minuten übrigens. Und Ende 2009 hieß es für ihn dann aber Abschied nehmen von den großen Projekten in den Alpen. Denn sein nächstes Ziel war der 100%ige Fokus auf die großen Projekte im Himalaya. Vor allem galt seine Zuwendung erstmal den richtig hohen Bergen. Er wollte wissen, wie sich sein Körper auf den Höhen der höchsten Berge schlägt und wie er da schwierige Projekte umsetzen könnte. So gelangen ihm Gashabrum 2, Makalu, Shishapangma, Chooyu und Mount Everest. Da wusste er dann, dass er ein Herzensprojekt, an dem er schon diverse Male gescheitert ist, jetzt auch wirklich schaffen könnte. Sofern die Umstände stimmen. Die Annapurna Südwand. Eine Wand, die nie zuvor jemand als Aufstiegsweg durchsteigen konnte. Und auch er scheiterte bei diversen Versuchen aus unterschiedlichen Gründen. Sie galt zu diesem Zeitpunkt als eines der wenig verbliebenen unlösbaren Probleme des Höhenbergsteigens. Bis Ueli Steck 2013 beweisen wollte und konnte, dass das falsch ist. Innerhalb von 28 Stunden totaler Exponiertheit ohne Schlaf und ohne viel Ausrüstung schaffte er es auf die Annapurna und wieder hinunter. Im Kreis der Fachleute schrieb er damit Geschichte. Doch die schwierigsten Projekte im Himalaya sind zwar ein gutes Projekt für Sponsoren, doch innerhalb der Alpen wurde es dadurch ruhiger um Ueli Stecks verrückte Solo-Besteigungen. Deshalb ging er mit dem Projekt Challenge, ein ganz neues Kaliber von Bergsteigen an. Er wollte in einem Sommer alle Viertausender der Alpen besteigen. Und um die Sache nicht einfach zu gestalten, hat er sich vorgenommen, keinen Meter zwischen den Bergen mit dem Auto zu fahren. Jede Strecke musste entweder zu Fuß, mit den Skiern, mit dem Gleitschirm oder dem Fahrrad zurückgelegt werden. Also alles aus eigener Kraft. Zusammen mit dem deutschen Bergsteiger Michi Wohlleben ist er dieses Projekt angegangen. Wobei Michi leider schon kurz nach Beginn dieses Projekts aussteigen musste. Er stürzte beim Gleitschirmfliegen zu hart auf den Boden und verletzte sich. Ueli machte allein und teilweise mit Freunden weiter und schaffte es letztlich innerhalb von 61 Tagen, alle 82 Viertausender der Alpen zu besteigen. Eine weltweit völlig einmalige Leistung, die bisher nie wiederholt wurde. Das alles wurde zu einem riesigen Medienspektakel auf verschiedenen Fernsehsendern im ganzen deutschsprachigen Raum. Wobei auch hier wieder Kritik aufkam. Ueli Steck verkaufe sich für die Medien, er macht Bergsteigen zum Massensport und ruft Nachahmer auf den Plan. Doch 2015 holte er sich dann nochmal den Eiger-Nordwand-Rekord von Danny Arnold zurück und danach ging es für ihn an ein gewaltiges Megaprojekt. 2017 wollte er ein letztes Mal in den ganz hohen Bergen der Welt Geschichte schreiben. Mit der Überschreitung von Mount Everest und Lotse über die Westschulter wollte er auf den höchsten Gipfel der Welt. Über die Normalroute wollte er dann wieder absteigen und auf den Lotse hinauf und dann wieder hinunter. Eine Herausforderung, die noch nie geschafft werden konnte und niemand wusste, ob es überhaupt möglich ist. Doch letztlich konnte er sein Projekt leider nie in die Tat umsetzen. Im Camp 2 des Mount Everest stieg er zur Akklimatisation und Vorbereitung auf den Nupze. Es war eine für ihn einfache Tour, doch Uli Steck kehrte von dieser Tour nie wieder lebend zurück. Er starb am 30. April 2017 durch einen Absturz am Nupze. Besonders tragisch daran ist, dass es sein letztes großes Projekt hätte sein sollen, bevor er sich aus dem Extremsport zurückziehen wollte. Uli Steck war nicht nur ein begabter Bergsteiger und Extremsportler. Er war auch Autor, Produktdesigner, Berater für Firmen, Vortragender und auch Marathonläufer. Außerdem war er glücklich verheiratet. Uli Steck hat ein vielseitiges Leben geführt, von dem die Öffentlichkeit nur Bruchteile mitbekam. Uli Steck lebte wahrhaftig nach dem Sprichwort. Lieber einen Tag ein Tiger, als tausend Tage lang ein Schaf.